Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Apex Legends, heute mal mit der Wraith. Und ich werde euch ein bisschen in dem Video die gute vorstellen. Ich finde, eine der stärksten Legenden, die es gibt, ich selber spiele sie zwar nicht so häufig, beziehungsweise eigentlich gar nicht, aber für euch natürlich, schaust ihr mir doch mal genauer an, beziehungsweise ich habe auch einige Siege mit ihr. Nur ist halt nicht meine Lieblingslegende, vom Charakter her eigentlich schon. Weißt du, wir warten jetzt kurz, ob es hier Gegner gibt, das weiß ich nämlich auch nicht mehr. Dann wir das Ganze nachdecklich auf. Lassen wir uns gleich in den Kampf schmeißen. Und dann erzähle ich ein bisschen was zu der Legende an sich. Gut, scheint nicht so zu sein, also dann. An sich, wie jede Legende, Wraith, zwei Fähigkeiten, zwei aktive, und zwar einmal in die Leere gehen, mit LB. Oder halt mit der drüben PC-Taste. Und zwar dauert es ein bisschen, und dann ist man für eine kurze Zeit unverwundbar, ist in einem Zwischenraum, das wird man ja später auch noch sehen. Und hinterlässt so einen gleichen Faden, würde ich mal sagen, so einen Schleier hinter sich her. Wenn wir da unten Gegner sind. Und das hält, glaube ich, für so ein paar Sekunden. Man kann damit gut flüchten, man kann damit relativ gut, weil es ja gefixt worden ist, sich um eine Ecke rum verstecken und dann eben heilen. So, also ist es eine relativ passive Fähigkeit von ihr, was aber ihren Charakter nur besser macht. Denn ihr Charakter ist eigentlich sehr aggressiv. Denn ihre Spezialfähigkeit ist ein Portal, mit dem man sich positionieren kann. Es hat nicht die größte Reichweite, das Portal. Aber, und das ist es, es ist sehr strategisch. Man kann aus dem Kampf rein, man kann aus dem Kampf raus, in den Kampf rein. Und manchmal auch nur, um Positionenwechsel zu machen. Also, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Legende. Ihre passive Fähigkeit ist wiederum sehr, sehr stark. Und zwar... Hier. Teamkameraden warnen. Wenn ihr anvisiert werdet, bekommt ihr ab und zu mal einen Hinweis, dass ihr anvisiert werdet. Und das ist natürlich sehr interessant. Gerade wenn du in den Hinterhalt läufst, dass du mitbekommst, hey, hier ist ein Hinterhalt. So, aber jetzt holen wir uns mal die beiden hier. Der Miet erwischt. Lila Rüstung, die hätte ich gerne. Soll, das Knockdown-Schild. Lila Rüstung, kann man mal machen. Okay. Jetzt zeige ich euch mal den Finisher. Rüchte die Tür durch. Ich glaube, natürlich für jede Legende zwei Finisher. Oder, glaube ich, sogar drei mittlerweile. Hat er halt teilweise. Aber gut. Wenn man die Gelegenheit hat mit dem Golden Knockdown-Schild, muss man den Finisher zeigen. Denn dadurch lädt man sich auf die Rüstung auf. Ich glaube, da bin ich... Bin wahrscheinlich in ein, zwei Videos darauf eingegangen. Aber ich finde gerade jetzt so für einen Legenden-Guide oder wenn man ein bisschen was zeigen will von der Legende oder auch vom Spiel, ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, auf solche Kleinigkeiten einzugehen. Zum Beispiel, wenn ihr jemanden finisht, ist es momentan noch so. Es kann ja jederzeit bei der neuen Season gepatcht werden oder geändert werden. Deswegen, das ist für Season 7. Da kommt ihr volles Schild zurück. Das wurde geändert irgendwann mal Season 4 oder Season 5. Und, oder vielleicht sogar Season 3, wie gesagt. Irgendwann verschwimmen die Seasons ein bisschen. Aber, das ist immer eine gute Variante, sich kostenlos Schildzellen zu generieren, indem man den Gegner finisht, wenn man natürlich die Zeit dafür hat. In dem Fall, beide die Gegner down. Golden Knockdown-Schild, da kann man das mal ausnutzen. So, an sich. Wraith, warum ist sie so beliebt? Warum trifft man in jedem Spiel auf eine Wraith? Warum? Es gibt eigentlich dafür sehr, sehr viele Gründe. Zu Beginn des Spiels, als es rauskam und so die ersten paar Monate, war Wraith einfach wirklich extrem stark. Und ihre Fähigkeit war extrem schnell vorhanden. Schnell wieder ready. Und sie hat halt einfach die kleinste Hitbox im gesamten Spiel. Und ihre Hitbox ist wirklich, im Vergleich zu einem Gibraltar, wirklich massivst kleiner. Zudem, würde ich sagen, warum es ein, naja, eine der beliebtesten Legenden ist, neben der Hitbox und auch eben ihren Fähigkeiten, die sowohl aggressiv als auch passiv irgendwie so alles zusammen mischen, so die Fähigkeit vom Movement und man kommt rein in den Kampf, man kommt wieder raus, irgendwie hat man eine Vorwarnung, wenn du, wenn du einen Hinterhalt reinläufst. Also das ist wirklich so mit, so ein Allrounder von Charakter her. Also empfehlenswert eigentlich für jeden. Warum die Race an sich eigentlich sich so lange gehalten hat, ist meiner Meinung nach der Fakt, weil auch am Anfang von den legendären Items, so. Nächster Gegner. Oh, der hat 1 HP. Oh, man schnell. Hinter der Tür. Warum sie sich so lange gehalten hat, ist einfach der Grund, auch mit dem legendären Messer, das sie hat. Und, ne, das gab's relativ früh, das heißt, viele haben sich vielleicht das irgendwie noch, ich sag jetzt nicht erkauft, aber halt durch die Packs, das gezogen, das bekommen und dann bleibst du natürlich auch eher bei so einem Charakter hängen. Also das ist alles... Dazu der Voidwalker Skin, der relativ früh, richtig geiler Skin. Das kann auch optische Gründe haben, aber auch an sich vom Gameplay her ist sie eigentlich immer unter den Top-Legenden. So, und da habt ihr vorhin jetzt mal das Portal gesehen. Caustic, relativ gute Kombination, da kann ich jetzt mal drauf eingehen. Race. Caustic, dann werden wir den downen. Okay. Wir spielen gerade in Horde-Modus, wie ihr gemerkt habt. Also, von allen Seiten kommen die Gegner auf uns zugerannt. Natürlich nur Spaß, aber... Hat sich auch während dem Match so angefühlt, als würden wir irgendwo ein Pilesender über uns haben, dass uns alle sehen. Nächste Team kommt nämlich. Nächste Team down. Also, Race ist wirklich an sich lohnenswert für jeden, der versucht ein bisschen zu hardtryen. Also, immer eine gute Legende, jede Season. Spielt sich schnell, flüssig. Kleine Hitbox. Top. Aggressiv, passiv. Je nachdem, was man braucht. Coole Sprüche auf dem Lager. Und immer Gegner um sich herum. Da kommt ihr Special. Und das ist das nächste Team. Hier seht ihr gerade die Phasenverschiebung. Ich bin quasi relativ unsichtbar. Man sieht nur den Schleier hinter mir. Und bin unverwundbar in der Zeit. Dadurch bin ich jetzt halt aus dem Kampf entkommen. Und wir wurden wieder von zwei Teams gesandwiched. Eins vorne, eins hinten. Das war natürlich optimal für die Gegner und nicht für uns. Trotzdem bin ich entkommen. Kostic hat's erwischt. Kostic große Hitbox. Kostic keine Fähigkeit zum Entkommen. RIP. Ne? Das muss man jetzt ganz klar mal sagen in der Situation. Wenn ich jetzt halt nicht in der Race gewesen wäre. Oder meinetwegen Pathfinder, Octane, irgendwas. Irgendwie Horizon. Irgendwas, das eine Fähigkeit hat, zu entkommen. Wäre das schwer geworden, sich aus dem Kampf rauszuziehen. Deswegen nie vergessen, wenn ihr so einen Charakter spielt, der auf Entkommen-Fähigkeit spielt. Oder halt eben eine Movement-Fähigkeit hat. Immer bedenken, sie auch zu nutzen. Immer schnell schalten im Kopf, hey, ich habe ja doch eine Race. Selbst wenn ich jetzt halt in die Leere komme und ich werde davor noch gedownt. Dann habe ich es versucht. Aber wenn ich jetzt halt zwei vor mir, zwei hinter mir stehe. Die Chance, dass ich da lebend rauskomme, wenn ich schieße, ist null. Das ist eigentlich nicht machbar. Weil du immer im Kreuzfeuer von beiden Teams bist. Der wurde vorhin gedownt und hat sein Loot hochholen wollen. Hat er Pech und da kommt sein Teammate. Beziehungsweise ein neues Team. Der Octane war zu gierig. Hätte er sich lieber heilen sollen. Einserscope, auch geil. Wie ihr seht, wir haben jetzt hier, glaube ich, insgesamt drei oder vier Teams erledigt. Ich glaube, der Ort hier kann man verbuchen unter dem Namen Todeszone. Also wirklich, dieser Tunneleingang hat uns jetzt schon fast dreimal gekillt. Total seht ihr oben auch jetzt die Energie. So lange könnt ihr das Portal machen. Ihr könnt mal auf der Map schauen. Es ist nicht wirklich weit. Aber es ist halt zum Transportieren. Und wenn sich jemand heilen will, wenn man in die Zone rennen will und sich jemand heilen will, gut. Oder eben, um die Position zu wechseln. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Also wirklich, die sind grenzenloses. Du kannst jemandem eine Falle stellen, indem du das Portal machst. Es kurz vor der Klippe enden lässt. Und dann laufen die da durch und laufen in den Abgrund rein. Da gibt es so viele Möglichkeiten, was man mit diesem Portal anstellen kann. Es sind grenzenlos die Möglichkeiten. Gegner gesichtet in der Nähe. Da haben sie kurz gelaggt, deswegen getroffen. Ungünstig für uns. Was aber auch noch ein richtig cooler Fact ist, den man nicht vernachlässigen darf. Hier wird er mit ziemlich nicht treffen. Es geht 25 Sekunden, bis ihr es wieder einsetzen könnt. Also es ist wirklich... Wenn jetzt ein gegnerisches Team auf uns zukommt, weder Portal noch meine Unsichtbarkeit, nenne ich es jetzt einfach mal, die Phasenverschiebung, haben wir ein Problem. Und wie gesagt, wir spielen den Horde-Modus in dem Match. Alle gegen uns. Und jetzt pass mal auf. Hoppala. Ups. Da war die Kante ein bisschen nah. Aber noch gerettet. Katzenhafte Reflexe, noch im Sprung gemerkt. Warte mal, da ist ein Abgrund. Und nach links gedreht. Pathfinder wäre easy noch rausgekommen. Mit seinem Haken-Lober vielleicht noch, aber... Naja. Sowas passiert halt auch mal. Jetzt seht ihr auch noch was. Wenn ihr euer LB-Special in der Zone macht, kriegt ihr von der Zone kein Damage. Unten links. Auch sehr sinnvoll und gut zu nutzen. Als Race kann man dadurch ein bisschen länger in der Zone bleiben als ein vergleichbarer anderer Charakter. Auch hier konnte ich das schön zeigen. Absolut absichtlich. Nur für euch habe ich das gemacht. Nein, es war situationsbedingt. Ihr seht ja quasi, ich versuche in dem Spiel möglichst darauf einzugehen, euch nicht irgendwie Zeug zu zeigen, wo ich dann selber nicht spiele. Weil das bringt euch nichts. Wenn ihr das Video schaut, weil ihr ein bisschen Tipps wollt, weil ihr ein bisschen Tricks sehen wollt, weil ihr vielleicht ein bisschen nicht ganz genau die Legende wisst, euch mal die Legende anschauen wollt, weil ihr sagt, hey, Race gefällt mir eigentlich, aber wie spielt man sie denn? Dann möchte ich euch halt mit diesem Video so eine Grundlage geben, hey, so spiele ich sie. Und so klappt das dann auch. Deswegen suche ich auch eine gute Runde raus, damit ihr seht, hey, wenn ihr so spielt wie ich in diesem Moment, wie die Entscheidungen, die ich in diesem Moment treffe, dann kann das für eine super gute Runde oder für eine ordentliche, starke Runde reichen für den Sieg etc. Und das will ich halt mit der Legende vermitteln. Zum Beispiel kann man natürlich ganz, ganz anders Race ausspielen. Man kann sie viel, viel passiver spielen, viel, viel aggressiver. Man kann sie komplett um 180 Grad drehen und sie spielen eben mit diesem Troll-Modus. Sprich, man macht die Portale so hin, dass die Gegner durchlaufen und daran sterben. Dass man einfach nur darauf wartet und sagt, hey, man kann Leute in Falle mit dem Portal locken. Das ist nicht mein Spielstil. Ich benutze das Portal sehr gerne für Transportationen, also dass ich meine Teammates transportiere und um aus kniffligen Lagen rauszukommen. Deswegen benutze ich das Portal relativ selten, nur in wichtigen Momenten, weil es das doch relativ lang braucht, wieder sich aufzuladen. Und zum Portal auch noch ein Funfact, beziehungsweise kein Funfact, sondern ein normaler Fact. Wenn ihr das Portal aufgestellt habt, ich weiß nicht mehr genau die Prozentanzeige, aber ich glaube bei 35%, da ich kein Race-Main bin, und bei 35%, wenn es sich wieder aufgeladen hat, verschwindet das Portal. Also das Aufgestellte. Sprich, ihr macht das Portal. Es steht. Und dann schaut ihr unten auf eure Prozentanzeige und habt einen Timer, der runterläuft, bis wann ihr durch das Portal durch könnt. Das ist auch wichtig zu wissen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als im Kampf zu sein. Zu sagen, ja, ich kann ja jederzeit durchs Portal flüchten. Ihr kämpft, ihr werdet fast gedownt. Und dann, wenn ihr zurücklaufen wollt, ist das Portal weg. Drei gegnerische Teams noch. Jetzt mache ich das Portal quasi, um in den Kampf reinzukommen. Das Problem ist nur, die Gegner über das Portal drüber gelaufen sind, und man hier nicht so schnell hochkommt. Das ist jetzt ein taktisches Portal zum Rückzug und zum Angriff. Und ihr könnt mal unten drauf achten, wann das Portal auf der Map geschwindet mit der Prozentanzeige. 10% gleich geht noch. Und da mischen wir uns natürlich ein in den Kampf. Total war es zwar relativ nutzlos, aber es hat uns zumindest vor dem Airstrike geschützt, in dem wir zugegelaufen sind. Echtlich mies geschossen. Hiner down. Einsatzscope hier natürlich Gold wert. Irgendwo hier war noch ein zweiter Gegner. Die Lifeline hat nach oben geschossen. Gerade eben was noch auf 30% unten, ihr seht. Portal ist nicht mehr da. Dementsprechend so circa bei 30% ist das Portal weg. Wir suchen hier doch mal den Gegner. Es sind noch zwei gegnerische Teams. Jetzt gibt es die zwei Möglichkeiten. Entweder man spielt passiv, was ich bevorzugen würde, in jeder Situation. Schauen, wo beide Teams sind. Und jetzt sage ich euch gleich mal, warum wir das in diesem Fall nicht machen. In diesem Fall bin ich Killspitzenreiter, habe 10 Kills. Die Runde ist so oder so gewonnen. Also 10 Kills, Killspitzenreiter, selbst ob du den Sieg jetzt mitnimmst oder nicht, das ist eine Win-Runde. Dementsprechend kann man, also wenn natürlich der Sieg wichtiger ist als zum Beispiel jetzt halt meinetwegen, dann kann man natürlich auch Sieg spielen. Würde ich auch machen. In dem Fall aber haben wir uns dazu entschieden zu sagen, komm, es sind noch 14 Kills drin, vielleicht hole ich noch die 14 Kills. Dementsprechend sind wir aggressiv draufgegangen. Ohne zu wissen, wo das dritte Team ist. Wir schießen hier rum. Irgendwo ist noch ein Team, das weiß, dass wir jetzt hier sind. Nicht clever. Aber wie gesagt, das ist eh schon ein Win. Sonst kann man ja nur noch vergolden, indem man den Sieg holt. Weil jetzt hat er den Sieg abzuchabbern als Killspitzenreiter. Ist halt auch ein fades Beigeschmeckler, finde ich. Wenn du dann die ganze Runde dominierst, echt gute Moves machst und dann einfach nur den letzten von dem Sieg wegsnackst. Fühlt sich nicht wie ein Sieg an, dann willst du die beiden Teams auch noch holen. Einfach um zu sagen, hey, entweder alles oder nichts. Und wir wissen nicht, wo das dritte Team ist. Und das ist eben das, worauf ihr achten müsst auch. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, wir suchen jetzt den Einzelspieler, der wahrscheinlich alleine ist. Das Zweierteam wird irgendwo warten, bis oben die Zwei steht und uns dann pushen. Logisch. Jemand zielt auf uns, wir laufen immer noch rum. Beim Care-Paket hinten muss irgendeiner sein. Den haben wir. Forstic ist fast down. Und genau jetzt kommen sie nämlich. Da oben sind sie. Wir haben keine Deckung. Der ist fast down. Ich bin down. Forstic musste sich noch heilen, deswegen konnten wir nicht instant zurückschießen. Da hätte ich meinen Stärken noch benutzen können, aber es hätte auch nicht wirklich geklappt. Und das haben die beiden gut gemacht. Aber wie gesagt, das war halt eben das, worauf wir uns geeinigt haben. Als Zweierteam. Wir gehen aggressiv drauf. Und das andere Team hat halt quasi gewartet, bis wir den Einzelspieler weggemacht haben. Und hat dann den Sieg sich geholt. Aber wie gesagt, das war eine gute Runde. Wir können auf jeden Fall daraus lernen. Auch am Ende, wie ich ja nochmal gesagt habe, wie man es anders macht. Wie man vielleicht, wie ich in den vorherigen Runden auch, da spiele ich ja sehr abwartend und konzentriert. Aber es ist halt manchmal so, dass du einfach sagst, ey, was will ich noch in der Runde erreichen? Wir haben ja schon relativ viele Siege geholt, auch in den Legenden-Guides. Und da war mir einfach das wichtig zu sagen, komm, ich will mal was anderes zeigen. Ich will mal hier ein wenig drauf gehen, ein wenig Action machen. Wenn es klappt, dann klappt es. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. In dem Fall hat es nicht geklappt. Und ich hoffe, ihr könnt trotzdem ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaut beim nächsten Mal wieder mit rein. Haut rein, Leute!